was geht und willkommen zu einem video in diesem video erkläre ich euch wie ein nächstes hart auf euren server installieren könnt natürlich stelle ich euch das ganze erstmal vor wir können das ganze mit f2 öffnen und ich denke mal jeder von euch kennt dieses hat weil viele server hatten oder haben ist immer noch drauf aber dieses hat bietet wirklich alles also man kann wirklich alles damit machen es reicht vollkommen aus und sieht auch noch sehr clean aus sehr nice hat geile sounds und genau allein schon mit den sounds würde ich drauf machen weil diese sounds einfach so nice deshalb genau ich erkläre euch das ganze einmal ganz schnell wenn wir jetzt hier zum beispiel geld an freund geben möchten klicken wir auf cash geben hier oben die 1 anzahl an sagen wir 100 dollar ach scheiße so 100 dollar gehen hier auf gif dann steht hier no players found weil ich bin gerade alleine auf dem server aber wenn jetzt euer freund vor ihr steht dann steht da die steam name oder die id oder der ingame name weiß ich jetzt nicht aber steht das auf jeden fall euer freund da das ist das wichtigste wenn wir jetzt hier ein brot haben das heißt ja sagen wir mal wir haben hunger möchten hier ein brot essen klicken auf brot und news hier ist jetzt kein bild drin das können wir aber noch dann im script umstellen natürlich also können wir einfach ein icon hinzufügen wie hier bei der pistole das hier ist ja auch schon eins drin und genau weil wir hier eine pistole im inventar haben dann können wir uns hier einfach hier auf den ersten slot ziehen zum beispiel schließen dann einmal das inventar drücken die tab taste und dann sehen wir unten unsere kleine taskleiste wenn wir jetzt einmal eins drücken sehen wir er nimmt direkt die pistole raus ganz nice wenn wir jetzt hier noch mal eins drücken dann packt er die pistole auch wieder weg wenn man dir zum beispiel auf den zweiten slot tun würden dann wäre das ganze mit der 2 verbunden also wir müssen zwei drücken damit die pistole rausholt ist auf jeden fall ein sehr sehr geiles inventar wie ich finde also kann ich nur weiterempfehlen und dann würde ich sagen wir kommen wir zur installation jetzt erst denke in der video beschreibung dort kommt ihr auf einen discord wenn dann auf einem discord seid geht in den channel youtube-info macht einmal diese schritte hier lässt euch hier verifizieren dann bekommt ihr nämlich zugriff auf youtube-scripts wenn wir dann das ganze installiert haben brauchen natürlich unser feldzilla programm und dort dann auch unser resource ordner gehen hier einfach in unser resource ordner rein öffnen unsere winrad datei die wir gerade installiert haben ziehen hier den ordner einfach hier rein inventory fügen das ganze noch in das server safe gehen zu sagt habe ich natürlich schon gemacht deshalb muss jetzt schon mal machen jetzt öffnen wir einmal inventory fügen hier die sql in die datenbank hinzu ist auch ganz wichtig müssen wir viel machen und genau jetzt haben wir noch die konflikung nur die muss ich jetzt denke ich nicht noch mal komplett durchgehen ja muss ich jetzt nicht noch mal durchgehen ihr könnt das alles dann selber in ruhe machen und ihr seht schon hat auch den kofferraum hier mit j kann man das ganze bedienen und dann haben wir hier ist noch hotbar key mit welchem key man die hotbar öffnet discord logs haben auch noch drin sound effects ob der bildschirm im hintergrund verschwommen sein soll wenn man das inventar öffnet also ihr seht schon wir können hier wirklich alles am inventar einstellen das ist auch ein großer vorteil das kann man bei vielen inventar gibt es gar nicht machen deshalb ja das ist wirklich sehr sehr nice dass man hier alles einstellen kann wie man das inventar gerne haben möchte und genau wie gesagt ich kann es euch nur empfehlen und dann würde ich sagen join my discord da verkaufe ich derzeit sehr nice scripts und ja haut rein wir sehen uns im nächsten video ich